Moin Leute, Timex hier. Heute gibt es ein richtig, richtig geiles Turnier von Amar. 25.000 Euro Preisgeld, Lost Legends, es sind nur Noobs dabei. Rumatra und ich werden spielen. Rumatra war letztes Mal schon beim Zero-Build-Modus sehr, sehr, sehr gut geplaced. Ich habe für das Turnier extra meinen Verband abgemacht und jetzt eine Schiene aufgesetzt, weil ich dachte, das ist cooler. Die Schiene ist tausendmal beschissener als den Verband. Ich werde es auf jeden Fall abmachen und wir wollen heute in die Top 5 kommen. Da gibt es keinen drumrum, das muss funktionieren. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, um uns einzuspielen. Wenn euch solche Turniere gefallen und die ganzen Cups, da werden wir ja viele noch in Zukunft spielen. Sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr das im Item-Shop machen. Item-Shop, unterstützt einen Crailer, Timex, annehmen, fertig. Ich hält zwei Wochen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. 32.000 Unterstützer sind wir momentan, sehr, sehr geil. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß für den Highlights. Oh shit, es geht so los, jetzt bin ich ein bisschen überrascht worden, aber es ist gut. Raus, 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 erste Runde, let's go. Wir sind direkt contested, wir sind direkt contested. Nein, 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 die landen, egal wo du hier im Umkreis landen willst, die fliegen jetzt, weißt du, also wir sind nicht contested. Die fliegen woanders hin, oder? Oh, ich habe eine Dreckslandung erwischt. Dirty, dirty landing. Aber wir sind echt contested von irgendjemandem, egal, wir bulligen die weg, wir töten die jetzt eigentlich. Ja, wir töten die, wir töten die, scheiß drauf. Die sind da hinten gelandet, die werden direkt zu uns kommen, wir müssen uns schnell hochlooten und dann da irgendwie hin. Willst du, wie schnell willst du da hin, rede mit mir, ich habe alle Waffen. Nein, 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 nein. Alle Waffen, ich habe alle, ich habe alle drei Waffen. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich bin gut. Hin, 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 wo sind sie, Marc, ich verstehe es nicht. Du willst direkt hin, du willst direkt hin. Dachte ich, oder? Nee, nee, wir können, warte, erstens sind sie hier gelandet. Ich weiß nicht, wieso das, also das ich das gerade markiert habe, hat mich zwei Minuten gekostet. Ich habe vier Flopper, GG. Ich habe auch nur neun Gold. Ich wäre für einen Early Fight, es sind echt viele loste Leute dabei, gerade Early, das sind sichere Punkte. Wenn, dann müssten wir sie mit dem Auto pushen. Dann mach den Call, die sind da drüben, dann lassen wir mit dem Auto ein bisschen nach denen suchen. Aber wenn wir dann halt sterben, ist es vorbei. Sterben, sterben, sterben! Ich komme, ich komme. Ja, wir dürfen uns nicht so weit. War der alleine? Nein, aber ich weiß nicht, wo der Mate ist. Da hinten, also, bleib auf jeden Fall auf meiner Seite, dass ich das sehen kann. Da hinten sind auf jeden Fall... Bin ich auf deiner Seite? Ja, ja, passt da. Digga, warum warst du so weit von mir weg, Mann? Wieso bist du so weit von mir weg? Du bist da ohne Auto dahin gelaufen. Jeder Kill ist so wichtig. Das stimmt. Wen hast du getötet überhaupt? Äh, Sammy. Oder? Wir können auch mal hinfahren und schauen, was da abgeht. Wir können ja wieder abhauen, weißt du, was ich meine? Wir können ja zwei Leute fahren, wir können ja mit dem Lambo einfach mal schnell... Komm. Aber nicht zu krass reinfahren. Oh, die sind da, die sind da, das ist die Banane. Einer close vor mir. Ja, ja. Fahr, 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 fahr. Ja, ich fahr, ich fahr, fahr. Da waren zwei Leute, die hatten nur eine Barrikade, da sind sie. Dann will ich hier landen. Nee, da oben ist da wer drin. Lass da oben beim Auto landen und dann abhauen. Gegner unter mir, unter mir, unter mir braucht ihr eine Hilfe. Hier ist sonst noch ein Boot, aber das ist scheiße, ne? Bist du bei mir gelandet? Ich habe es nicht so weit geschafft, wie du. Guckst dich nie um, Alter, ich dreh durch. Ja, lass hier in dem Haus chillen, lass hier in dem Haus chillen einfach ein bisschen. Da, ne? Da unten, bitte töte sie. Einer close neben uns. Ab innen getötet, den einen. Einer close neben uns, du siehst das, du siehst das, du hast das Sound visualisieren. Da oben ist einer. Ja, sein Mate ist da hinten. Hit. Hit, white, hit, white. Au, aber wenn die ist tot, den einen hast du, also den nicht genockt, hast du getötet. Das ist schon mal gut. Ich habe keine Schüsse mehr, keiner Airschuss, keiner Airschuss. Das ist so dumm. Komm ins Auto, komm ins Auto, komm ins Auto, bitte, bitte, bitte. Ich bin drin. Du fährst einen Umweg. Es, lass, ein Schnauze. Da sind sie, da sind sie. Da sind welche, da sind welche. Calls, decision making, jetzt! Soll ich hier so einen Bunker verstecken. Nein, nein, du musst jetzt die Schnauzeite, lass mich nachdenken, bitte, bitte, bitte. Hier haben wir Deckung. Und der Gegner? Über uns. Bin tot, bin tot. Dann steig eins ins Auto, steig eins ins Auto. Über einen Shot. Schau mir ins Schiff, im Tisch, nein, komm wieder raus, ich bin jetzt Deckung. Das ist schlecht. Du bist so krass. Sepp, 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 guck auf dein Scheißding. Da. Doppelhint. Übe, white! Ich habe ihn noch ein paar Mal getroffen. Doch mal, white, hab ihn. Solution, ja! Wo ist Vicky denn, hä? Das sind's Auto und Deck, oder? Ja, Auto weg, Auto weg, Auto weg, Auto weg, Auto weg. Hast du dich noch? Mini, Mini dich. Nein, habe ich nicht. Den Krater hier? Nein. Vielleicht nehmen wir gleich hier so einen Rift. Die töten uns aus der Luft. Die töten uns aus der Luft. Die töten uns aus der Luft. Ja, wir müssen hier hinterher. Hier in Deckung, hier in Deckung. Ich habe noch Shockwave-Grenade. Oh, wir müssen hier rennen. Ja, ich bin tot. Ich habe das Auto gefickt. Und das auch nicht gleich zu wenig. Hey, du bist nicht tot. Wie soll ich denn wieder hochkommen? Ich kann doch nicht bauen. Ach, du bist roh... Oh, du hast gefallt, geschockwaved, oder was? Nein. Das Auto ist gebounced. Habt du mich hochgekommen? Ich bin, habe es geschafft, habe es geschafft. Ich liebe es. Komm hinter mir. Siehst du mein Auto? Ich hole dich ab, ich hole dich ab. Komm rein. Bitte komm rein. One shot is fucked. One shot is fucked. AF. AF! Red ich hier gegen eine Wand, oder was? Ist gut, ist gut. Halt deinen Schnauzen, bitte. Die Jogt dann. Hast du noch Truckwaves? Steps, 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 einer ist bei uns. Wir müssen jetzt scheißen. Einer ist über dir, einer ist über dir. Wie los bist du denn? Hallo? Hallo? Jetzt was wissen, was ich mache? Über dir sind immer noch Steps. Du hast Sound visualisiert, nicht an. Hab ich, hab ich. Okay. Du hast mich einfach mit dir von der Scheißen-Lap geballert. Ach, du bist auch schon tot? Der hat uns jetzt beide getötet, der war die ganze Zeit über uns. Also der war die ganze Zeit in unserem Gebäude. Du warst doch auch in dem Gebäude. Du warst doch auch in dem Gebäude. Ja, ich war in einem Raum, da sind vier Räume. Du hast Sound visualisieren aus, oder nicht drauf geachtet? Ich hab nicht in das Gebäude geschaut. Sound visualisieren, weißt du was das ist? Dann siehst du Steps. Es wurde die ganze Zeit angezeigt, dass neben uns ein Spieler ist. Ja, dann sag das doch. Also hast du es an oder nicht? Ich habe es an. Dann sag doch, dass da einer ist. Ich habe es dir gesagt. Ich kann dir jetzt ein Clip zeigen. Ich muss hier runter. Kann sein, dass ich dead bin. Ich muss mich heilen und hochgieren. Mein Gott, ich heule. Hier ist ein Heelspray. Madspray ist bei mir. Und ich habe noch ein Menü. Glaubst du, ich kann zu dir fahren? Steps, Steps, Steps bei mir. Zwei Steps, zweier Steps. Ja, ich werde das Band zu abhauen. Brauch dich von oben, von oben, von oben. Ich bin nicht mehr oben, weil auch von jeder Seite, ich hole dich ab mit dem Auto. Siehst du mich? Kannst du hinten rauslaufen? Zu meinem Auto kommen? Versuche ich, ja. Das ist scheiße, dass jetzt... Steps direkt neben mir. Ich bin hier oben in der Luft. Bin drin. Ja, wir müssen woanders hin. Wir haben uns gepusht. Hast du Nahkampfwaffen? Ich habe eine Shotgun mitgenommen, ja. Doch, hier sind welche, weil es Tür offen ist. Das schießt direkt hier unten. Egal, wir haben genug. Drehen, oder? Drehen. Ja, wir müssen irgendwo hinfahren. Wenn wir laufen, sind wir tot. Wieso landen da jetzt zwei Teams? Wir hätten hier auch early einfach töten müssen. Blaue Marke sind immer noch Geist. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir gehen hier hinten jetzt hin. Wollen wir, wollen wir? Ja, wir moveen. Ja, wir moveen, komm mal. Wir gehen, wir einschossen von hinten. Zweck ein. Fahr, 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 fahr. Fahr, fahr. Ich fahre. Ach, wir sind tot. Wir müssen hier auch damagen. Headshot, bin ein. Einer Headshot. 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 Wir haben sich angeschlichen an uns. Sollen wir da hochschockwaben? Hast du bei Ihnen? Ne, ich habe keinen Schockwaben, aber die sind üble im Arsch. Ja, nein, ich bin üble im Arsch. Ich muss da hochschockwaben, sonst überlebe ich es nicht. Probier es, probier es, probier es, ja. Nicht geschafft. Wir müssen hier an den Rand, wir müssen, da sind wir auch gegen. Wir müssen an den Rand, wir müssen an den Rand. Ja, wir holen uns jetzt hinter uns. Hinter uns, der roter Marker tötet uns jetzt. Roter Marker wird uns jetzt töten. Nein. Wir haben die Deckung aufgebaut. Jetzt schnelle Couch, Couch. Ich weiß es nicht, wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, Max. Warum waren wir nicht am Rand? Komm mit, komm mit hoch. Mehr hinterher. Siehst du mich, siehst du mich? Siehst du mich? Hoch. Wir gehen jetzt hier den Berg hoch. Ich habe kein Shield. Links von uns Steps. Ich muss mich heilen, ich habe vier Leben. Kannst du safe machen kurz? Das hängt hier. Das ist ein Mint, der andere ist Alex Mint. Der kann nichts. Wir müssen hier holen. Hab ihn. Hab ihn. Hanky und Alex down, wie geil. Hast du Minis? Hast du Minis? Du musst aber auch antworten, wenn ich dich was frage, okay? Sonst kann ich nicht reden. Schaust du bei dir um die Ecke, dass da niemand kommen kann bei dir? Ich sehe doch Steps oder nicht? Das geht doch gar nicht. Nein, nein, nein. Okay, du siehst Steps, wenn da oben auf dem Berg jemand ist oder was? Das siehst du? Ja, ja. Nein, das siehst du nicht, du kleiner Lava-Sack. Ich hasse dich. Wir chillen, wir chillen, wir chillen. Bin chilling. Das wird noch reingehen, das ist halt Fight. Ist mir doch scheiße, ob da ein Fight ist. Wir haben keine Ahnung, dass wir sind. Der Call ist jetzt sogar gleich. Wir gehen auf das Dach drauf. Okay? Hinter uns Gegner. Hinter uns Gegner. Ich sehe sie nicht. Sie crack, sie crack. Übel white, übel white. Du hast zu spät gesehen. Wie kannst du so spät meinen Marker sehen, Digga? Ist der da noch? Der muss sich bewegen. Den holen wir, den holen wir. Es killt, es killt. Ab ihn, nice. Pass auf, wir haben eben gewonnen. Oder? Ist der auf dem Dach hier oben? Nee, das geht nicht. Das wird zu krass. Komm, hier auch aufs Dach. Hier haben wir hinterher. Movement. Movement beweisen jetzt. Da oben sind welche. Pass auf, pass auf, hinter uns. Wieder runter, wieder runter. Wir gehen wieder hoch. Hier haben wir hinterher. Wind tot. Scheiße. Revi hat einfach gepusht. Die sind im Auto und dann hoch. Hä? Ich dachte, du hörst es, wenn die da hochgehen. Nein, das war das Auto, die kam. Das war das. Die haben dich zuerst noch low geschossen. Die sind einfach aufs Dach gekrettet. Wir haben den ersten Platz. Wir gucken, wie wir da drinnen kämpfen. Revi, Tobi, der wird sich so aufregen. Wir hätten auch ein bisschen mehr kämpfen. Wollen wir vor allem. Wir hätten uns. Hier hat Platz mehr gewonnen. Elf da, das ist scheiße. Wie Kills hatten wir? Ich habe zwei. Warte. Einen. Einfach Hanky und Alex geschittet. Ja, das ist geil. Das ist geil. Voll, die haben auf uns engaged. Die haben auf uns engaged. Wir sind hochgegangen, haben sie geschittet. Haben wir hier kein Lost-Esteam in unserer Umgebung, die wir einfach mal wegklatschen können? Als ob hier nur die Sweats in der Wüste landen. Ja, also Micky und Solution landen da. Das sind auf jeden Fall zwei Sweats. Nicht immer zum Testliefern. Wir werden jedes Mal angeschossen. Ja, das ist recht. Jedes Mal schießen die uns an. Und jedes Mal fahren wir hier lang. Können wir nicht andersrum fahren? Ja, wo willst du hinfahren? In die Richtung eher. Ja, okay, dann fahren wir jetzt mal in die Richtung. Schauen wir mal, was abgeht. Das ist beschissener. Das ist nur lauter und schlimmer als zu Fuß. Jetzt müssen wir raus. Hier durch die Berge hier lang. Sicher. Jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Ja, die sind immer noch oben drauf. Eben auf uns halt. Vielleicht ist ich auch gleich in eins. Kannst kein One-Shot küschen. Sicher? Geht nicht mehr, ja. 198 ist das Höchste. Die werden von der anderen Seite angeschossen. Oh ja, das ist ein bisschen mit Sprain. Oben auf dem Berg auch noch, pass auf. Hört ihr den auf dem Berg? Ja. Der ist tot. Ich hab nichts getroffen. Ich spiel's ja auch noch nicht. Schieß den Baum kaputt. Gerade nach. Hier sind auch noch welche neben uns. Ja, nee, können wir nicht, können wir nicht. Hier, die pushen uns. Hit, hit, hit. Drei Hits. Vier. Shield track. Der Vordere, der Vordere, der Vordere. Der Vordere. White, white. White. Hab ihn. Sehr gut. Jetzt kommt der andere. Hit, hit. Hab noch einen Knock. Hab Eli, hab Eli. Eli ist das. Eli, let's go. Wir müssen ja eigentlich looten. Ich geh da mal hin und schon mit den Munition. Ja, mach das. Also das, der Wachtturm war ja mal abartig. Da auch noch sonst looten? Was hatten die denn so? Haben die geile Waffen? Sonst sag mir Bescheid. Ich muss jetzt erst mal, hast du mit, hast du irgendwas Green-Hier-mäßiges? Nee, kein Green. Da hast du ein Gegner. Dann werde ich jetzt ein paar Splashes poppen. Komm mal her. In dem Busch ist ein Gerhard, ja. Wo bist du? Ich komme, eins ich mitnehme. Ah, fuck. Hey, oh, jetzt kommt runter. Da, 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 da. Das sind zwei Teams. Da ist einer oben drauf und einer ist unten drin, das Team. Das sind zwei Teams. Hinter uns kommt ein Auto. Die sind oben ausgestiegen. Was machen wir, wenn die da oben sind jetzt? Dann pushen wir die. Und wir sollen uns kurz hochpushen? Ja, wir können da hochgehen und die pushen. Ja, los. Dann steig ins Auto oder ohne? Ja, ja, mit Auto, komm. Wir müssen die kämpfen. Das ist der beste Sport hier. Ich bin ausgestiegen. Würde sie. Ich bin der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Einer ist noch. So gut gespielt. So gut gespielt. Ja, ich war so frech, der Fahrer. Wie frech war ich, der Fahrer? Und hier oben stehen wir jetzt. Ist der da noch? Ist der noch in dem Auto da? Der ist hinten im Auto drin. Hit, Headshot. Headshot. Ich auch. Hä? Explodiert. Wo ist der? Da ist er. Ich sehe ihn. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich mach gerade ein anderes Auto kaputt, was wir kaputt machen müssen. Ich kassier, ich kassier. Wir müssen mit dem Auto mit dem Auto. Tone, komm, Tone, komm, komm, Auto rein. Du fährst, du fährst. Ich bin, ich bin wechselt, wechselt. Wie, 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 wie das geht? Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt fahr ich. Komm, steig ein, steig ein. Okay, let's go, let's go, let's go. Vor uns der Felsen, dieser Felsen da. Dieser, genau, vor uns. Hier fangen wir an. Unter uns ist wer, unter uns ist wer. Egal, egal, die töten wir dann. Der ist hier im Busch, wir gehen rauf. Sicher? Müssen wir, müssen wir, müssen wir. One-Shot, one-Shot, schaffst du? Mach einen Busch-Fight, mach einen schönen Busch-Fight. Easy. Ab den einen. Der ist hier ein anderes da. Der ist neben dir. Schaffst du, schaffst du, easy, easy. Ganz locker. Den holst du dir. Hab ihn. Ganz stark. Nämlich mit F. In die Zone, sieben Spieler noch. Wie, wie, wie lege ich dich nur ab? Nochmal auch F. Nee, links klick, genau. Oh, ich bin hier ganz schön offen. Mich bewegen, ich bewegen. Ich zinn. Oh, ich schieß es auf dich. Geht nicht, geht nicht. Scheiße, mach er doch selber. Wir sind top 7, easy. Easy, easy. Haben wir. Ne, haben wir nicht. Lol. Guck. Geht nicht. Top 4. War geil, war geil. War geil. Wir haben noch die zwei Kills hinter uns und sind noch ein Placement-Tür. Guck dir mal an, äh, Chef Strobel und Miki und Solution. Sind die alle raus? Match-Statistik, wie viele Kills hast du? Ich hab vier Kills gemacht, die Runde. Wie viele hast du? Wichtig, zwei. So, sechs Kills, Platz vier. Das ist die Konsistenz. Wieder vierter und sechs. Das ist super gut. Das ist die Konsistenz, das verstehst du, glaub ich. Ja, Miki und Solution haben gewonnen. Ja, ja, die hätten wir auch nicht. Guck dir so eine Steinposition an. Siehst du die? Ja, die ist auch weg gewesen. Die wäre weg gewesen. Wer arscht. Also, wir wären über-open. So haben wir noch ein Double-Kill und noch ein Placement mehr geschafft. Chef Strobel und Romata getötet. Ja, ist kein Problem. Den haben sie. Deshalb haben Miki und Solution. Die fighten da hinten bei dem. Hier im Keller ist so viel Gemüse, Digga. Ich hab einen Kill. Echt? Ja, der ist an Fallschaden gestorben. Ich hab ihn gefinished. Das ist mein Kill. Halt's den Mauer. Wie smart. Das ist mein Kill einfach. Hier ist so viel Gemüse im Keller. Kommt uns her. Hier ist echt krank viel Gemüse. Hier ist noch mehr Gemüse. Also, ich bin halt so. Noch mehr Gemüse. Hä, Digga? Hier ist einfach Gemüse-City. Wahnsinn, wie viel Gemüse hier ist. Hier raus ist nochmal Gemüse. Das ist ja heftig. Wenn du zu mir kommst, dann könnten wir so viel Damage machen gerade. Steps bei mir. Steps bei mir. Ja, die schleichen sich hinten da nicht ran. Von da, der kommt entgegen. Weggeboostet. Das ist hier in Deckung. Hier in Deckung. Ich bin in Deckung. Wo? Mark? Ja, da, wo wir geschossen sind. Weg, weg, weg. Ich hab den gut gehittet. Ich glaub, die sind nicht gut. Ich glaub, die sind nicht gut. Sind potenziell zwei Kills, ne? Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Bitte, bitte, bitte. Mein Gott. Wir müssen falsch eingestiegen. Die sind sogar noch in der Zone. Ja, ja. Ja, da müssen wir rein. Ich hab das mal rein und Splash machen. Einfach rein. Da sind Steps drin, Steps, Steps, Steps. Ich hab keinen SMG, ich kann nicht fighten, ne? Wieso hast du keinen SMG? Da lagen 15 SMGs rum. Nein, war nicht. Ich ein. Dann lass uns das Haus hier, das Haus hier. Ja, Steps, Steps, Steps. Ich hab ihn low geschossen. Der hat zwei Headshots kassiert. Das ist, glaub ich, Sascha mit einer anderen Skin, oder? Mein Gott, der hat mir so einen dick gedrückt. Ich bin tot. Wollen wir den, push du ihn? Nö, ich hab keine SMG. Hab alles getroffen, das war Sascha. Hast du ihn tot? Ja, ist tot. Natürlich. Der hat, der, 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 der hat alles daneben geschossen. Glaubst du nicht, dass wir die holen können? Zwei Hits. Wem, den denn? Hits, white. Dock. Gut gesehen, ne? Stark. Gut gesehen. Hab ich auch nochmal gehittet? Ey, das war die, die uns einmal gekillt hat, oder? Ja, die hat mich gekillt. Wir haben nicht viel Schuss. Wir hauen nach hinten ab. Wir haben nicht viel Muniz... Äh, viel... Ja? Ja, weiß ich nicht. Wie soll man das sagen? Wir können nicht weit fahren mit dem Auto. Wir fahren hier hoch und nehmen das ein, oder? Und da sind welche, da sind welche. Oh, ich hab keine Schuss. Ich hab kein SMG. Wieso? Ja, da sind welche. Hau ab, hat doch gesagt, da sind welche. Ja, ich fahr da einmal durch. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Wir müssen jetzt zum Rand. Ja, dann rennen, rennen, rennen. Ich renne schon, ja? Ja, rennen schon, rennen schon. Renn mal vor, ich hab, ich hab... Vor uns die Gegner, vor uns die Gegner. Fuck. Mach, mach, mach. Ich bin übel angeschlossen, bin tot. Bin tot. Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Also wirklich, es schießen vier Teams auf mich. Zieh durch, zieh durch. Die haben alle Enkel. Vier Teams auf mich. Nicht zu mir, komm, nicht in meine Richtung. Nee, ich bin voll, ich war tot. Zu viele Leute, zu viele Leute. Wir hätten gar kein Auto nehmen sollen. Doch. Hey, wie wären wir sonst, wie wären wir ohne Auto da durchgekommen? Durch diese, wir sind geradewegs in die Zone gegangen. Von unserer Position, durch vier Teams. Wie wären wir, hätten wir das ohne Auto geschafft? Sag mal kurz. Ganz Rand. Guck mal, wie geil die Zone ist. Letzte Runde im Turnier. Letzte Runde. Du siehst es wohl dann, gell? Ich werde es nicht pingen. Du weißt es. Ich habe es dir geschrieben. Ich werde es nicht pingen. Du weißt es. So Leute, letzte Runde. Du weißt, wo er landet. Jetzt noch mal komplett Sturzflug, Angriff auf Chefs Rubel und Flobby. Volles Rohr, Angriff. Ja, jetzt ist egal. Jetzt können sie sich eh nicht mehr verhindern. Jetzt können sie sich eh keine neue Taktik mehr ausdenken. Jetzt kommen wir. Jetzt sind wir schon unterwegs. Wir sind sowas von unterwegs. Ist einfach ein full-on-Angriff. Einfach ist ein Angriff. Es ist nicht irgendwie Looting oder irgendwie Vorsicht, ist es ein Angriff. Ja, es ist ein Angriff. Und danach gehen wir einfach in Valorant rein, weil wir es eh nicht, wenn die auch nichts schaffen. Let's go. Richtig. Der Schoel-Frummel heult, weil ich jetzt fühle, dass es von uns scheiße ist. Das ist so geil. Der Schoel-Frummel ist übel im Stream am Heulen und beschwert sich. Der Schoel-Frummel weint im Stream. Lass man vielleicht hier vorne bei den Gebäuden landen und dann drüber angreifen. Oder willst du direkt rein? Das ist super. Wir landen hier. Ich habe das perfekte Wahnsinns-Landing hingelegt. Er weint einfach. Das ist so geil. So geil, dass der Schoel-Frummel direkt heult einfach. Wir pushen ihn gar nicht. Das war einfach nur der übelste Fluff. Wir haben noch nichts gemacht und er ist einfach jetzt schon am Heulen. Oh, die heilen sich gerade. Die splashen gerade. Die sind gerade an der Wand am Splashen. Lass dir irgendwie High-Ground gehen. Die haben wahrscheinlich besseres Loot. Die sind schon ein paar Mal gelandet. Da ist ein SMG. Ich nehme die, weil du hast... Die sind da vor mir direkt. Wollen wir rein pushen? Ja, komm her zu mir. Wir gehen rüber. Wo bist du? Der ist unter dir direkt. Rechts unter dir. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Ich nicht. Ich nicht. Ja, ich ziehe durch. Wir kennen uns hier halt auch gar nicht aus, ne? Ja, wir kennen uns gar nicht aus. Wir haben ein bisschen Heimvorteile. Hinter uns rein, rein rein, what? Was machst du? Wir haben Eierwerfer. Ich glaube, den einen Farmer geht. Sieht aus dem Auslagebericht? Ja, scheiße sieht es aus. Sie haben Heimvorteile. Sie sind da. Ich bin tot, leider. Scheiße. Haben sie Heimvorteile. Er pusht mich. Er pusht mich jetzt direkt auf mich drauf. Rechts von dir. Ach, schade. Naja, wir sind so kacke. Ein Vorteil. Machst du nichts, machst du nichts. Nichts. Also wir haben keine Waffe. Vor allem unser Dach. Unser Dach war offen. Die haben Highground und einen Eierwerfer. Kein Shield. Wir wissen gar nichts. Wir sind hier einfach planlos. Fünfmal ins Gebäude. Rein und raus. Also das ist ja wohl. Also wirklich. Ich war noch nie in meinem Leben Synapse Station. Ja, ja. Und es waren die weirdesten Gebäude auf diesem Planeten. Wir sind 800 Mal ums Haus gerannt. Wir haben sie nicht gedamaged. War trotzdem ein guter Versuch. Das Beste daran ist tatsächlich. Sebo antwortet mir nicht. Egal. Ich fand es war ein guter Abschluss. War besser als jetzt nochmal irgendwie zu tryharden. Unsere ersten drei Runden waren super. Das war ganz stark. Da waren wir immer wieder tot und haben es dann doch noch gedreht. Waren Top 5. Dann Early Toad into nicht connected. War Bruch und dann chillig. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit den Runden. Ja. Die Highlights sind auf jeden Fall geil. Die ersten drei Runden, das Video ultra gut. Ich bin sehr zufrieden mit den Runden. Ich bin sehr zufrieden mit den Runden. Ich bin sehr zufrieden mit den Runden.